Sch, 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 sch. Okay, vielen Dank. Das ist wirklich auch ein Leidwerk. Okay, mit diesem Höhepunkt möchte ich jetzt schließen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und bei den Kindern und anderen Teilnehmern und beim Fabian und beim Wolfgang. Vielen Dank. Das war natürlich sehr spannend. Jetzt gibt es was ganz anderes. Jetzt gibt es nämlich einen Theater. Das war von einer berühmten Gruppe Herbstzeitgruppen. Das ist eine Seniorentheatergruppe, die schon seit langen Jahren hier im Haus beheimatet ist. Und wir haben einstudiert, das heißt, mit oder ohne Mann. Das ist für den Leidenschaft von Niedergapte entstanden. Aber die Damen und Herren, die abstraktionen sind so. in der Bödem und die die sie in der Kirche auslachen. Die haben eine sie in der Kirche durch die Gäse durch, die sie in der Kirche ausfüllen. Und die auch in der Kirche von Niedergapte, die sie in der Kirche sind, die sie in der Kirche ausfüllen. Guten Morgen, Frau Meier. Morgen, Frau Müller. Sie fangen ja schon früh mit dem Fäden an. Aber Sie doch auch. So ein niedliches Tändelschürzchen beim Saubermachen. Ja, warum nicht? Stört Sie das etwa? Sie sehen ja auch nicht gerade nach Fuchse aus. Ja, man muss auf sich halten, Frau Meier. Auch ohne Macht. Hauptsache, wir gefallen uns. Ist doch schon was wert, wenn keiner mehr an einem herummeckert. Wenn ich so verrückt denke, mein Seliger hat doch immer etwas an mir auszuletzen. Ja, und ich? Ich habe über Rücksicht darauf genommen. Ach, Frau Meier, bei mir war das doch genau das Gleiche. Allerdings, mein Erwin, der war ein guter Mann. Er hat immer für die Kinder auch nicht gesorgt. Aber gegolten hat nur, was er gesagt hat. Immer nur er. Ach, da erzählen Sie mir nichts Neues, Frau Müller. War doch mehr für ihn das Gleiche. Und der meinige war auch noch so penibel. Sie glauben es nicht. Jedes Staubkörnchen hat er gesehen und sich darüber aufgeregt. Nach meinen Wünschen hat er in den vielen, vielen Jahren nicht einmal getroffen. Niemals. Aber jetzt, Frau Meier, jetzt geht's uns doch gut. Die Rente war und auch sonst hat man Zeit gebetet. Und hat auch kein Gefühl, um einen Mann, wenn man will. Das haben Sie gut gesagt, Frau Müller. Und beiden geht's jetzt gut. Ja. Man braucht Kleine mehr zu bedienen. Man kann machen, was man will. Man kann kochen, was man will. Und noch was. Man kann Fernsehen, wann und was man will. Und gut, wie lange man will. Ach, du, Frau Müller. Man kann auch ins Weg gehen, wann man will. Und mit wem man will. Tja. Ja, ja. So ohne Mann ist schon schön. Und da meinen doch die Nummer immer. Wir können hier ohne Pflicht auskommen. Ha, ich kann's. Gut sogar. Der meinige würde staunen, wenn er von oben gucken könnte. Also, ein Mann war in meinem Leben mehr als genug. Das haben Sie gut gesagt, Frau Müller. Nie mehr einen Mann. Haben wir doch nicht nötig. Also, wir ja im Moment. Übrigens, Frau Müller. Haben Sie den neuen Hauseigentümer von 1938 schon gesehen? Ja, natürlich. So ein gut aussehender Welt. Ja, aber so in unserer Welt. Lebt aber allein. Das ist sicher nicht. Ja, und in dieser Zeit. Da geht er immer seine Brötchen und seine Zeitung holen. So, das haben Sie also auch schon herausgefunden. Daher wohl das frühe Fehl. Tja, sieh doch auf. Oh, meine. Ach, und jetzt verstehe ich auch. Das niedliche Englische. Na, 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 na. Also, Frau Müller, was sie sich da zusammenreinigen. Aber, wenn ich Sie mir so ansehe, in Ihrem neuen Outfit. Achtung! Frau Meier. Ja. In der Nummer 38 stehe ich dann die Tür auf. Aber, sehen Sie mal, Frau Meier, das ist er ja gar nicht. Ach, nicht zu glauben. Das ist ja eine Frau. Oh, so ein alter Wissling. Ja, sag ich doch immer. Je oller, je doller. Das sind die Schlimmsten, Sirenen. Das sind die Schlimmsten, Sirenen, 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 Sirenen. So ein einfaches Putzchen. Ja, also Geschmack hat er ja nun wirklich nicht. Wurde vielleicht eine von uns hätte haben können. Ach, Frau Meier. Wäre doch schön gewesen, dass du ein richtiger Mann im Haus. Ja, ja. Und den Leuten, die da oben sind, haben wir gerade hier heute etwas aufzuführen. Zusammen mit dem Lutz Kaspers, der den Kurs leitet. Die Gitarre, es gibt jetzt ein Lied, Ries, von Pink Floyd. Dann gibt es was fürs Herz, nämlich ein Weihnachtslied. I believe in Farben Christmas. Und dann kommt noch mal was Klassisches. Und zwar von den Komponisten Kavuli, Andantino. Viel Spaß mit dem Gitarrenmiedern. Das war's. Na, das war's. Bär. Bär. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Breathe in the air.